Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013, darauf spielt das und wir befinden uns im schnelles Spiel im Quick Drive Menü sozusagen und ja, was nach der Sommerpause sozusagen noch ansteht, ist das Quick Drive Wunschkonzert das Ergebnis jenes welchen und gewonnen hat Basel SBB 004 mit 41 Stimmen. Und zwar hat er sich gewünscht die BR 146 mit Metronom Dostos angehängt auf der Strecke Hamburg nach Hannover, von Hamburg nach Hannover, er hat geschrieben frühmorgens Fahrt in den Sonnenaufgang und ich habe das mal kurz ausgetestet und ich habe es mir jetzt für 4 Uhr entschieden, da es im Train Simulator um 4 Uhr noch relativ dunkel ist und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal den Los-Button drücken, damit wir überhaupt mal wegkommen Ja, wir sehen uns gleich im Spiel, bis dann So, da sind wir auch, Hamburg Hauptbahnhof und werden erstmal die Türen öffnen, auch wenn man es so nicht sieht Ich hoffe, die gehen nicht auf Doch, hier hinten sind sie aufhören, wunderschön Wir müssen natürlich noch ein bisschen in der Lok rum aufrüsten Auf jeden Fall schon mal AFB 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 Ja, ist ja gut So Ganz locker hier Wer klickert da rum So Türen Sind zu Wunderschön Können wir ja eigentlich auch losfahren, außer Licht geht nicht an So Jetzt ist es auf jeden Fall geil So Kann man das hier irgendwie verändern? Lichter Ist das Cap Light? Nein Das wollen wir nicht So Wir lösen die Bremsen Und fahren mal so ganz langsam los Achso, PZP noch Zugbeeinflussung Ja So Ich mache jetzt auf jeden Fall noch Einen Versuch Ich hatte nämlich eben schon mal einen Versuch unternommen Da ist mir die Sache aber mit einem SBH abgestürzt Und wenn das jetzt nochmal passiert Dann ist es eben so Dann endet das Quick Drive kurz vor dem SBH hoffentlich Also ich hoffe, dass das Ist natürlich schlecht, wenn das so endet Aber wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so So Auf jeden Fall hier ein bisschen auf 60 hoch So Ja Wunderschön Jetzt dürfen wir sogar 80 Oh 80 Junge So Sifa Habe ich jetzt mal bewusst ausgelassen Schön Die Rampe runter In die Kurve legen FBR 120 Da vorne beginnt ja der Bereich sozusagen Dann Habe ich jetzt mal Ja Wie Ssam bis jetzt ist noch alles gut wunderschön man sieht hier unten auch 174 Kilometer also dass das alles so unproblematisch verläuft ist ja komisch oder wäre auf jeden Fall ziemlich krass jetzt dürfen wir auf jeden Fall 160 Kilometer fahren jetzt müssen wir auf jeden Fall hier Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall eine schöne Nachtbeleuchtung. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich so ein Enhancement Pack installiert habe, was ich auch in der Videobeschreibung dann verlinken werde. Soll ich auf 100 runter bremsen? Soll ich auf 100 Meter verletzen? Über die Brücke. Ja, sehr schön. 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 Ja, sehr schön gemacht. Ja, sehr schön. 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 Ja. 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 Ja, sehr schön. 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 Ja. Vielen Dank. Oh Gott, was ist das laut? Alter Schwede. Hört sich ganz gut an. Ich habe auf jeden Fall das Sound-Update, das man bei Trainworks runterladen kann, installiert. Das werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Vielen Dank auf jeden Fall. Dafür ist es ja immer wieder schön, wenn sowas gemacht wird. Ich finde es sehr gut gelungen. Sehr schön abgestimmt. Da können wir eigentlich noch an der Seite rausgucken. Da kommen wir gleich an Asshausen vorbei. Da kommt uns ein anderer Metronom entgegen. Ich bin ja auch schon öfter Quick-Drives gefahren. Vielleicht auch mit komischeren Fahrzeugen, wo dann weniger Zugmaterial entgegenkam sozusagen. Aber hier ist es ja wirklich ganz nett gemacht, würde ich mal sagen. So, was wir haben? Ja. Okay. 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 Klok, klok. Sehr schön. Da vorne kommt Winsen. Was das immer soll hier? Ich glaube, Winsen wird heute mal nicht angefahren. Da ist die Kiste nämlich eben abgestürzt. Ich werde da jetzt einfach mal durchrauschen. Genau, gute Strategie. Wir fahren da einfach mal durch. Vielleicht passiert ja dann kein SbH. Hm. Ja, sehr schön. Das hat doch geklappt. Ja. Das hat doch geklappt. Der Mond steht auch da oben. Wunderbar. Wie auch schon auf den Vorschaubildern. Genau, hatte ich ja gar nicht darauf geachtet, dass der Mond da wirklich mal etwas realistischer aussieht als in anderen. So, gehalten wir so. War die LZB kurzzeitig ausgefallen, oder was? Na gut, einen Radbruch sollten wir auf jeden Fall anhalten. Nicht, dass es da einen Radbruch gibt. Möchte ich nicht. Ja. Geht nicht. Ja. Einmal. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier bleiben wir mal stehen. Machen die Türen auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir wirklich in Hannover ankommen. Es sind nur 140 Kilometer. 23 Minuten gefahren. 24 jetzt, genau. Wow. Wow. Ja, die Dostos dürfen ja nur 160, daher ist hier Schluss. Ja, das war's für heute. Ja, krasses Horn. Nein, krasses Makrofon, ja. So heißt es ja. Das muss man ja auch mal sagen dürfen. Wardowik, ist das bestimmt, oder? Ja, kleines, kleines, feines Örtchen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja. 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 Ganz schön laut hier. Man fühlt sich fast wie draußen. Ja. Ja. So sieht's aus. Zieht draußen schön die Landschaft vorbei. Zugbeeinflussung. Ja. Wir sind ja noch in der LZB drin, die wird das also abregeln, jetzt wenn wir da auf 140 und dann auf 110, sehe ich das richtig, runter müssen. 110. Hm. Zugbeeinflussung. Ja, was ist denn jetzt hier? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Die kommen zu schlafen. Hm 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 hm. Sind wir auf jeden Fall Lünebursch. Immer ein Reiswert. Die Lünebursch. Uh, koll boring. Müssen wir makrofonieren. Geht ja ohne gar nicht. Und jetzt. Bahnsteige so ewig lang? Oder kommt mir das nur so vor? Was bin ich in letzter Zeit immer gefahren? Ach, da bin ich immer S-Bahn in Berlin gefahren. Genau, das ist natürlich dann ein ziemlicher Unterschied. Türen auf. Gibt es den Tunnel da unten eigentlich wirklich? Das müssen wir mal erforschen. Gucken wir mal. Fahren ja immer so Autos her. Möchte ich wissen... Oh ja, den gibt es echt. Da vorne ist ein LKW. Gucken wir mal. Was ist das für eine ist? Container-LKW. Wie schön. Da vorne ist ein Kran. Kleiner Bach. So, Döhren sind zu. Niedersachsen ist abzu... Oh, was haben wir denn hier unten? Oh, lustige Schilder noch dran. Alter Schwede. Nette Details auf jeden Fall. Ach, die darf auch nur 160. Okay. Dann mal los. Ausfahren aus Lienburg. Sehr schön. Ein Bautrupp unterwegs. Mit Lichtern. Am wenigsten sind alle Weichen richtig gestellt. Sehr schön. Können ja auch mal vorkommen. Was mir noch nicht ganz klar ist, vielleicht wisst ihr das ja, es stehen manchmal auch an der Strecke einfach LZB-Tafeln, obwohl keine LZB dort anfängt sozusagen. Also es ist mitten in der LZB-Strecke sozusagen, sind das dann die Aufnahmepunkte oder was? Das würde mich ja mal interessieren. Also jetzt vor ungefähr 30 Sekunden war so eine Tafel, wenn ihr zurückspulen wollt oder es gesehen habt. Also ich nehme ja einfach mal an, dass diese LZB-Tafeln dann wirklich an Punkten stehen, wo man auch in die LZB dann aufgenommen werden kann. Vermute ich mal. BR-294 Deutsch-Evan Ist das jetzt der nächste Bahnhof? Auf jeden Fall eine lustige Brücke. Sehr schön. Sehr schön. Verringer Ja, also das Video wird auf jeden Fall über eine Stunde dauern, sehe ich gerade. Von 170 Kilometern 120 in einer halben Stunde. Auf jeden Fall absolut plattes Land hier. Kein bisschen hügelig, nix. Man sieht das ja auch hier unten, 0, 0. Exakt gerade gebaut hier. Zugbeeinflussung. Kläranlage oder was? Bienenbüttel kommt in Sicht. Zugbeeinflussung. Jetzt muss er da runter auf 140. 110 Kilometern. fuck it. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hinten geht auf jeden Fall gleich die Sonne auf. Ich hoffe, das werden wir noch miterleben. Jetzt gleich wird wieder 160 gefahren. Geil. Dann kommen wir unserem Ziel auch wieder etwas näher. Hannover Hochbahnhof. Ja, es hat sich natürlich jetzt etwas angestaut. Und dadurch, dass ich jetzt drei Wochen fast komplette Ruhe hatte, außer dieses Fairsystem-Video. Das war ja das Einzige, was ich in den drei Wochen hochgeladen habe. Und ja, ich denke nächste Woche geht es dann direkt weiter mit ein oder zwei Videos. Ich muss mal gucken, wie ich da Zeit finde. Eventuell werde ich da auch mal ein, oh hier, Strohballen. Alter Schwede, krass. Eventuell werde ich da auch mal ein Tutorial einstreuen. Ja, da vorne kündigt sich schon Bad Bevensen an. Bevensen? Ja. Ja, da vorne kündigt sich schon Bad Bevensen. Ja, da vorne kündigt sich schon Bad Bevensen. Bad Bevensen. Ein bisschen müssen wir hier noch rollen. Das reicht aber jetzt auch. So, wir müssen hier nicht rollen. So, Türen auf. Bad Bevensen. Bad Bevensen. Oder das ist NSA-Technik. Dann würde ich dieses Verschwinden, wenn man näher rankommt, auch verstehen. Ja, das wäre ja logisch. Ah ne, das hier dürfte Bahntechnik sein, ne? Hier so direkt neben dem... Das ist eventuell ein Stellwerk. Steht nichts dran. Mhm. Mhm. Kannst du sich? Ich bin der! Das war's für heute. Ich glaube, der Metronom fährt auch gar nicht die ganze Strecke durch, also Einzug, sondern in Lüneburg oder Uelzen ist dann der Schluss. Da kann man dann umsteigen, in den nächsten sozusagen. Ein bisschen Licht an hier. Ja, sehr schönes Makrofon eingebaut. Wir können uns auf jeden Fall mal hier vorne das MFA angucken. Das geht ganz schön, ne? Alter Schwede. Da saust die Landschaft vorbei. Güterzug. Traktoren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Kann das sein? Hab ich doch schon mal gesehen, hier den Kohl. Hier eine kleine Sprungschanze gebaut. Kann man hier in den nächsten Garten hopsen. Ups. Das könnten Kartoffeln sein. Sehr schön. Zugbeeinflussung. Jetzt gleich dürfte ja eigentlich auch die Sonne aufgehen, denke ich mal. So 5 Uhr, eine Viertelstunde noch. So 5 Uhr, eine Viertelstunde noch. Oh. 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 Was ist das denn? Oh. Ein blaues Gebäude. Schwede. Alter Schwede. Was ist das? Ach, das könnte der Betriebshof sein, ne? Kann das sein? Wenn wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz angucken hier. Ah ja. Keiner da. Nee, nix. Garage ist leer. Ist wirklich keiner da. Na gut. Hinten geht auf jeden Fall gleich die Sonne auf. Steht knapp unterm Horizont. Und da ist Uelzen. Oh, Uelzen dürfen wir nicht verpassen. Uelzen ist so ein schöner Bahnhof. Wenn ich mich da verbremsen würde, wäre ich untröstlich. Da, schön. 100-Wasser-Bahnhof. Hier halten wir mal an. So. Schön. Türen auf. Hoffe ich. Ja. Schauen wir uns das Ding mal an, was mich hier schon mal öfter, und was mir hier schon öfter auch mal aufgefahren ist. Die Bahn macht hier echt Werbung, ne? Krass. In einem Spiel. Ja, genau. Das ist nämlich der 100-Wasser-Bahnhof. Von Uelzen. Ach so, hier ist auch Dachbegrünung drauf. Interessant. So, oben auch Dachbegrünung. Oh, ja. Krass. Sehr schön. Innen drin auch Dachbegrünung. Nein? Ja, nein? Nein. Auf jeden Fall ein sehr schöner Bahnhof. Mit diesen Sachen hier auch eingearbeitet. Zu Mosaiken. Sehr schön, sehr schön. Muss man mal gesehen haben. Falls ihr mal an Uelzen vorbeifahrt, guckt euch den mal an. Ja. Ach so, sieh mir zu. Sieh mir, sieh mir geschlossen hier, türmäßig. Ja. Sieh mir. Wunderbar. Dann kann es ja weitergehen. Dann kann es ja weitergehen. Wir verlassen Ölsen mal. Also performance-mäßig ist die Strecke wirklich relativ gut gebaut, würde ich sagen. Oder liegt das daran, dass wir im Moment keinen Gegenverkehr oder überhaupt keinen Verkehr hier haben? Schütter zum Walten obras. Sie Commonwealth영agenagenagenagenagenagenagenagen genie Kupferwug. das Gel Ich habe schnell etwas Wasser getrunken. Jetzt geht es hier noch ein bisschen berghoch. Nach Kleinsüdstedt. Zugbeeinflussung. Du hast aber heute auch überhaupt keinen Bock. So richtig irgendwie. Mal hier aus dem Wagen raus. Passagieransicht. Kann man den Tisch auch hochklappen? Ne. Schade eigentlich. Das ist doch mal was Schönes. Das ist doch mal. Traumhaft. Suderburg werden wir wohl nicht halten. So sieht es jetzt mal aus. So. 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 vorbei. Das ist ja Folge 96, kurz vor den 100. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Die 100. Folge. Da habe ich ja in den letzten Wochen auch schon ein paar Tests für durchgeführt. Vielleicht kann sich der ein oder andere, der das auf Facebook verfolgt hat, auch schon denken, was die Folge 100 dann letztendlich wird. Es geht hier immer mitten durch den Wald, ja. 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 Was kommt denn hier noch? Kommt hier noch eine Nebenbahn dazu, oder was? Ach, ne. Dieser kleine Güterbahnhof. Alter, das war jetzt gerade eine schnelle Kamerabewegung. Uh, uh. Nicht, dass da jemand schlecht geworden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mal hier als Passagier Ja, würde mich ja mal interessieren, also ich glaube diese Sitzpolter gibt es wirklich da in Metronom Falls ihr da Erfahrung habt, könnt ihr das ja gerne als Kommentar unters Video schreiben Das würde mich ja mal interessieren. Gleichzeitig kann man ja damit immer abfragen, wie weit die Leute das Video auch gucken. Bin ich mal gespannt, ob es auf diese Fragen überhaupt Antworten gibt. Die Sonne ist aufgegangen, hä? Alter Schwede. Oh ja. Schön. Das gibt tolle Lichteffekte. Riesenlok. Riesendostos. Hier hinten als Schatten. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Kann man auch immer genau die 3D-Bäume erkennen. Jetzt wird hier alles angestrahlt. Wir können ja mal da rüber wechseln. Geht ja auch. Können wir mal hier auf ein Fenster gucken? Gut. Ja. Ganz andere Perspektive dann. Oh ja, hier. Geil. Schön gedreht. Zugbeeinflussung. Und da kommt der Eschede in Sicht. Irgendwo hier an der Seite müsste auch das Mahnmal für Eschede oder die Gedenkstätte sein. Das sind so mehrere, also ungefähr 101 Bäume, ganz genau 101 Bäume, denke ich mal für die Toten, die es dort gab. Und da kommt der Eschede in Sicht. Das war jetzt echt eine Notbremsung. Türen auf. Türen wir uns das Ganze mal von oben an. Ah ja, das sieht ja echt geil aus. Mit dem schräg einfallenden Licht hier. Und die Sonne knapp über dem Horizont. Hm. Ja, ich denke hier machen wir einen Schnitt. Oder wir könnten hier auf jeden Fall einen Schnitt machen. Und dann könnt ihr ja das dann im nächsten Teil dieses Videos den Rest sehen. Von Eschede nach Hannover. Ah ja, das ist die Gedenkstätte. Ja, das ist der Gedenkstätte. Hm. Wenn ich den Wikipedia-Artikel von dieser Katastrophe lese, wird mir immer sehr beklemmend. Unglaublich, dass das passieren konnte. Unglaublich, dass das nicht so gut ist. Oh ja. Ja, ich finde das ja gerade so tragisch mit diesem Unfall dort, dass das, wenn man die Begründung, also gerade, ich habe ja öfter mal den Wikipedia-Artikel gelesen, wenn man das liest, warum das dann passieren konnte. Es lief nämlich eigentlich darauf hinaus, dass es für die Radreifen, die damals an den ICEs oder an diesem ICE auf jeden Fall verbaut waren, gab es in Deutschland kein Testgerät. Und da hat man dann einfach, ohne dass man wirklich Verschleiß bis zum Ende simuliert hatte mit den Radreifen, hat man die dann einfach trotzdem in Dienst gestellt, sozusagen, oder halt an den ICEs verbaut. Und aufgrund von theoretischen, also von errechneten Werten. Und dann ist es halt kurz vor Eschelift zu diesem Radreifenbruch gekommen, weil das eigentlich nicht richtig getestet wurde. Mehrere Monate vorher waren auch schon typgleiche oder ähnliche Radreifen bei anderen Verkehrsunternehmen. Ja, da gab es schon Defekte und das wurde der Deutschen Bahn damals auch gemeldet. Aber man hatte sich dann entschlossen, weil die Reifen doch etwas anders aufgebaut waren, das dann nicht weiter zu verfolgen. So steht es auf jeden Fall auf Wikipedia. Naja. Was passiert, ist es passiert. Naja, ich weiß auch nicht. Also es ist ja... Ich weiß auch nicht. Na ja, gucken wir uns noch mal die Fahrgastansicht an, wenn die Sonne dann hier ein bisschen reinscheint. Es gibt auf jeden Fall tolle Schatteneffekte. Ich habe übrigens auch so ein Update installiert von Railsim, was die Lautstärke unter den Brücken so ein bisschen einschränkt. Das werde ich natürlich auch verlinken. Sonst rattert das nämlich immer ziemlich unter den Brücken. Das ist aber gerade ganz schön dick bebauen geladen worden. Wahrscheinlich Zelle. Zugbeeinflussung. Schussung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Türen offen? Ja. Das ist die Stadtzelle hier. Auf jeden Fall hier ein charakteristisches Gebäude. Anscheinend scheinen das hier immer Parkhäuser zu sein. Das scheint ja auch ein Parkhaus zu sein, oder? Da stehen zwar keine Autos drin, aber es sieht halt so aus. So Parkdecks. Zelle geht gerade die Sonne auf. Können wir hier durch die Strasse gehen. Hm. Klinkerhäuser. Schön. So. Türen sind zu, würde ich mal sagen. Da können wir auch Felder fahren. Nun. Da unten ist ja noch Licht dran. Nö, oder was ist das? Oder was ist das? Wenn man hier um einen Parkhäuser raus macht. Das ist das ist. Ja. Ich bin da. Was ist das? Und jetzt ist das? Was ist das? Ja. Ich bin da. 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 ande. Ich bin da. Ich bin da. Ja, Jan. Hier sogar Zaun auf der rechten Seite kann das sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Kühe? Haha, wunderschön. Die Strecke ist bestimmt auch im Winter sehr schön. Könnte ich mir doch da glatt denken. Sägewerk. Idyllisch, idyllisch. Schon langsam wachen die... Waren das Schafe? Kühe, Schafe. Die Tiere an der Strecke auf. Und... Mohnen und Mähen. Da drüben ist ein Bagger. Der... Der zu so früher Stunde schon am Baggern ist, ja. Ja. Mal ein Lob für die Baggerfahrer. Unermüdlich im Einsatz hier am Rum. Die ganze Zeit und es tut sich nichts, ja. Was ist das hier? Oh, ein Stall oder sowas. Eine Stallung. Hier könnte man noch ein Pferd reinbauen. Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall eine geile Stimmung, so Morgenstimmung, ne? Muss man schon so stehen lassen. Und ich glaube, es gibt ja hier auch keinen Mond, oder? Alter, das sieht ja richtig geil aus hier, ne? Wenn man so mal hier über den Horizont guckt, hinten so ein bisschen Nebel im Horizont. Ach, scheiße. Gerade im Wald nachgewachsen. Ist der Mond jetzt wirklich nicht da, oder? Möchte ich doch mal kurz hier rumgucken. Der Mond müsste ja gegenüber von der Sonne sein. Ne. Ah, doch, da ist er noch. Okay. Aber ungefähr an der richtigen Stelle. Ja. Zug der Einflussung. Jetzt ist es ja auch nicht mehr so weit. Bis nach Hannover. 30 Kilometer. Das Schweine? Ne. Das sind wirklich Schafe. Schäfchen. Hallo. Na? Also hier auch geil. Einfach diese Morgenstimmung. Man spürt, wie man durchs nasse Gras wartet. Oh. Ja. Durch die noch feuchten Wiesen, die bald von der Sonne getrocknet werden. Hm. 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 Wohl es die ganze Zeit ja fast nur gerade ausgeht, finde ich die Strecke doch sehr hübsch, muss ich sagen. Also sehr, auch mit dem Wuchs, der hier so aufgetragen ist. Ich weiß noch nicht, wie sie jetzt original aussieht. Aber, das wirkt schon sehr authentisch. Dann immer die Brücken, die auch sehr unterschiedlich sind auf jeden Fall. Hm. So. Da vorne kommt Großburg Wedel. In Sicht. Da oben links noch ein Turm. Vielleicht ein Schlauchturm der Feuerwehr. Man weiß es nicht. Oder ein Silo. So. Müssen wir mal ganz schnell bremsen hier. Kleine Notbremsung hingelegt. Ah, sonst vergessen wir doch die Leute in Großburg Wedel. Das möchte ich nicht, ja. So. Ich glaube, ich muss mich auch wieder so ein bisschen ans Aufnehmen gewöhnen, irgendwie. War noch jetzt eine lange Zeit ohne. Oh. Wo ist denn der Nizza hier? So. Und dann direkt so ein saulanges Video. Ich glaube, das wird das längste Video, was ich jemals gedreht habe. Ja, auf jeden Fall. Türen eigentlich offen. Hä? Hallo? Hey. Was soll das? Nix. Hier vorne irgendwas offen? Nö. Hm. Tja. Großburg Wedel. Da sage ich mal tschüss. Ne? Wenn da keiner rein und rausfällt, dann... fahren wir direkt weiter. Wäre doch gelacht. Ha, ha, ha. Das war's. Das war's. Sollte ich vielleicht ein bisschen früher anfangen zu bremsen? Mal sehen, ob das klappt diesmal. Ohne, dass Fahrgäste in der Mitte zerrissen werden. Jetzt im Simulator natürlich nur. Das ist ja nur ein Simulator. Da passiert den Fahrgästen natürlich nichts. Es wird ihnen kein Herrchen gekrümmt, kein Bein gebrochen, nix. Daher kann man auch hier so locker drüber reden. Dass wir noch ein bisschen durchrollen hier. Die Isernhagen, da stehen alle vorne am Bahnsteig. Oh Mann, oh Mann. Wie kann man sich so verbremsen? Das ist ja ekelhaft. Naja. Erstes Video nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hier, die Isernhagener gehen auch wirklich an Bord. Die Türen öffnen sich. Und wir werden auf jeden Fall mal ganz kurz hier in Isernhagen durch die Stadt krempeln. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch stimmungsmäßig wieder von dem Esche-de-Schock erholt. Sozusagen. Hm. Mhm. Sehr schön. Industriestadt, hä? Na gut. Wir sind zur Abfahrt bereit, würde ich sagen. Das machen wir dann auch direkt mal. Wir bleiben hier stehen. Hat da gerade jemand genossen? Genießt, genossen? Irgendwer? Unglaublich. Unglaublich. Gucken wir uns noch ein bisschen das Örtchen von oben an. Was ist das denn? Ah, nur ein Haus. Ah, da ist noch so eine Scheune, ne? Die gucke ich mir auf jeden Fall mal kurz an. Strohballen. Strohballen. Schön. Schönes Gebäude auf jeden Fall, muss ich sagen. Noch nie vorher gesehen so. Rundballen auf der Wiese. Sehen die denn vom Namen aus? Müssen wir ja auch mal angucken. Uh. Mit Fototextur. Alter Schwede. Krass, da hinten fährt die Bahn vorbei. Hm. Fällt mir. Wäre ja auch mal schön, äh, so, also so eine Innovation für TS 2014 zum Beispiel, wäre das ja mal gewesen, so Kameras an der Strecke zu haben, die dann so hinterm Strohballen von da aus filmen, ne? Wie der Zug dann vorbeifährt und so. Nicht nur immer hier diese, die so neben der Strecke liegt, sondern auch mal ein bisschen weiter weg. Das ist ja ja immer toll. Ich komme jetzt nach Langenhagen. Ja, irgendwie so Richtung Hannover nimmt dann auch wieder die Stadtdichte oder die auch die, äh, Haltepunktdichte zu. Langenhagen Pferdemarkt, den wir einfach durchbrettern. Langenhagen Pferdemarkt, den wir einfach durchbrettern. Langenhagen Pferdemarkt, den wir einfach durchbrettern. Das war's für heute. So, hier bleiben wir stehen. Oh, das war schon hart gebremst. Schauen wir uns auf jeden Fall mal die Dostos von Nama. Oh, kann man gar nicht. Schade. Gehen mal rum. Langenhagen würde mich ja auch mal interessieren. Wohnbunker da. Alles Hochhäuser. 20 Metronom Eisenbahngesellschaft Bahnbetriebswerk Uelzen. Da sind wir eben dran vorbeigefahren. Bin ich ja eben mal kurz reingestolpert. WC auch. Drei Lautsprecher. Heißt das drei Lautsprecher? Hm, keine Ahnung. Zug sammelt in die 1000 Volt. 600 Ampere. Kann das sein? Deutschland. Zulassung. DAB. Ach du Scheiße. Was für eine lange Nummer. Ja, so. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit verlieren hier eigentlich. Das Video ist ja auch schon lockerer eineinhalb Stunden lang. Komplett. Das Video ist ja auch schon lockerer eineinhalb Stunden lang. Die Sonne ist ja auf jeden Fall jetzt mal aufgegangen. Naja, das Abo-Special ist jetzt auf jeden Fall mal fast Kino-Format, ja. Obwohl eineinhalb Stunden haben wir ja schon. Ich müsste da eigentlich noch 50 Cent für Überlänge nehmen. Bei YouTube-Videos wird das ja anders gerechnet. Interessante Ansicht. Viergleisig ausgebaut. Viergleisig ausgebaut. Oder ist das ja die Schnellfahrstrecke und rechts neben uns ist dann der Lang-, also Sonarverkehr eher. Könnte natürlich auch noch sein. Hier geht es auf jeden Fall runter auf 110. Zugbeeinflussung. Hey, der Daus. Oh, hier ist auch Kuchen. Schauen wir uns mal von außen an, wenn da gerade ein Gegenzug kommt. Ja, schon ein bisschen überhöht. Ja, wenn ihr die Strecke schon mal gefahren seid, könnt ihr ja ruhig einen Kommentar hinterlassen. Unter dem Video und, äh... Mal sehen, ob das hier... Uh... Hat das Schwede. Hier ist aber wieder mehr Verkehr, hm? Hä? Oh. Ach, LZB aus, hm? Oh, das ist nicht gut. Ich möchte hier eigentlich nicht zu schnell fahren. So. Mann, 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 Mann. Oh ja, wir sind jetzt gleich auch in Hannover. Ging jetzt schnell. Alter Schwede. Ich bin völlig überrascht. Okay. Zugbeeinflussung. Ich bin völlig überrascht. 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 Bin ich mal auf Hannover gespannt. Zugbeeinflussung Achso, ab hier ist schon 40. Ups. Ab da war ja schon 40. So, und jetzt werden wir ganz langsam in Hannover einfahren. Oh, schön ist quietschen. So, schön. So, schön, schön. Ja, da sind wir auf jeden Fall in Hannover angekommen. So, schön. Teilen hier mal an. Ja, sehr schön. Wohlbehalten in Hannover angekommen. Oh. Ups, falsche Taste. Ja, gut gemacht. Sie haben das Ende dieses schnellen Spielszenarios erreicht. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, mit dem Metronom in den Sonnenaufgang zu fahren. Ja. Ich verabschiede mich. Ach nein, ich verabschiede mich noch nicht. Falls ihr Kommentare dazu habt oder mir einen Daumen hoch geben wollt, könnt ihr das gerne unter dem Video machen. Ich denke, ihr seid so erfahren, und wisst, wie das geht. So, jetzt kann ich mich verabschieden. Ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.